Das sind Leon und Lotte. Leon geht gern wandern. Lotte fährt gerne Trails mit dem Mountainbike. Beide lieben die Natur. Leon und Lotte wissen, worauf es beim Bewegen in der Natur ankommt. Sie respektieren die Natur und andere. Deshalb nutzen sie nur ausgewiesene Wege. Leon und Lotte wissen, dass sie im Wald nicht allein sind. Deshalb nehmen sie Rücksicht aufeinander. Auch wenn sie in Gruppen unterwegs sind. Leon und Lotte lieben ihre Hobbys. Und weil sie aufeinander Acht geben, kann das auch so bleiben. Danke.